Da muss ich mal so, irgendwann so in der Kurve mal den Fokus an die Leine. Ah, leck mich doch am Sack. Okay. Ja, okay. Ich hab das Gefühl, als wenn meine Manualfähigkeiten wirklich sehr eingeschränkt sind, momentan. Kann das sein? Ja, aber ich hab jetzt einen Punkt geholt, glaub ich, erst. Oh, ich seh leider wirklich nichts. Gehen wir auch grad ein bisschen auf den Nuss. Oh, ist der Blaue schon das Letzte? Das Blaue war hier. Manual, da in die Richtung. Oh no? Könnte ich hier nochmal so lang so, hier so? Nee, nee, den könnte ich von mir verlangen. Hier wird der zweite Punkt sein, den hab ich wahrscheinlich verpasst. Okay. Okay. Wow, 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 wow. Ah, shit. Okay, ich schaff das ohne, ohne Fokus. Scheißegal. Man muss ja auch ein bisschen was leeren hier, nicht? Ja, wobei... Scheiß drauf! So. Was? Profi? Was? Wieso Profi? Nein! Ne, 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 ne. Achso. Doch, 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 doch. Äh, und wo ist denn der, äh, Kranke? Äh? Also wenn ich da hoch muss, das wäre sehr dreist. Du musst ja eigentlich was Gelbes finden, oder? Hm. Ah, die, das hab ich ja geschafft. Hehehehehehe, ihr seid so scheiße. Okay, okay, Moment, wie muss ich fahren? Ich düse hier runter, bram, ne, dann einmal hier rum. Dann macht er wieder bram. Und dann einmal hoch und dann scharf links runter. Hoch. Und wieder scharf links. Hoch. Ihr seid doch echt was Wahnsinns. Okay. Ihr habt echt Lack gesoffen, das ist nicht, das ist, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Okay. Was soll ich machen? Mit leben oder es sein lassen? Und sein lassen ist bei mir so ne Sache, ne? Okay. Ganz ruhig. Keep cool, Dennis. Keep cool. So, jetzt kommt die scharfe Linkskurve. Nein! Nein, 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 nein. Egal. Ist jetzt erhöht. Ist in Ordnung. Ey, wo ist meine ganze Special-Leiste hin? Ah, ich hab den Punkt verpasst. Nein, da ist er doch. Sag ich doch. Nein! Oh! 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 Das war so knapp! Halt die Fress mit deiner Bestmode. Ich verpasst ja gar nicht mit deiner Bestmode ins Gesicht. Ah, das war noch mal. Aber ich mag's nicht, den kleinen Scheiß. Ich hab den letzten Aufnamen schon mal erwähnt, ne? So leicht. Uai, 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 ha, 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 ha. Hihi, hi, hi, hu, 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 hu. Ah, fuck. Okay. Ah, ich hab nicht gesehen, ob Special voll war. Okay, dann fahren wir noch mal hoch. Ich glaub' ein bisschen Special haben wir noch. Wow, ein bisschen mit Griden verwenden dann, ne? Aber wenn wir jetzt noch richtig Challenges sind, das ist jetzt nicht auf Zeit oder so, das ist einfach, schaff's einfach. Du Arsch. Wo kam der denn her? Das war eine Mission, ne? Da schreckt was von wegen Viereck drücken und so. Warum hab ich jetzt noch Special? Ich find's gut, aber warum? Oh, scheiß. Ja, alles andere wäre ja sonst langweilig, oder? Ach, schade. Ja, gut. Sehen wir mal anständig. Gut. Und rappe die Rapp. Bisschen Schwung holen. Lustige Musik am Stiesel. Scheiße! Ich hab mein Stick gesucht. Also, äh, den Analog-Stick. Ach, Gott. Ja. Der ist die ganze Zeit da, der Sack, ne? Hier, der mich grad so irritiert hat. Der kommt immer nur dann, wenn ich nicht in der Mission mehr drin bin. Äh, das hat jetzt gezählt, hoffe ich nochmal, ne? Nein, hat's natürlich nicht. Sehr klar. Ah, okay. So. Hui. Uuai. Er setzt auch sehr gut die, ähm, Combo-Geschichte, ne? Aus den vergangenen Teilen, die Buchstaben zusammen. Ich hab, den Punkt hab ich auf jeden Fall nicht erwischt. Ich schätze mal, es liegt doch vielleicht daran, dass ich zwischendurch mal gesprungen bin. Und auch unbedingt weitermachen wollte ich, Spacko. Ah, Mann, ey. Ah, der war auch so stabil. So ne Scheiße. Okay. Okay. Stopp, 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 stopp. Also nicht stopp, 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 aber... Guck, 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 guck! Ja! Landen, landen, landen! Yes! Erledigt! Hervorragend! So! Okay! Äh, den Hidden Spot da oben habe ich. Ich würde jetzt gerne einmal versuchen irgendwie, ob ich irgendwie auf dem Wasserturm komme. Aber ich, das glaube ich wirklich eher weniger. Ansonsten warten wir uns dann jetzt auch mal an die tatsächlichen Missionen. Da ist eigentlich Schuh! Da ist eigentlich Schuh! Da ist eigentlich Schuh! Ich will dahin! Lass mich rein! Cool wäre auch, wenn ich jetzt hier zumindest irgendwie so mal so ein bisschen eine Aufteilung... Hä, 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 was ist denn das da hinten? Ich habe einen Spot gefunden. Hä, 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 hä. Okay. Grinden oder was, ne? Hab ich recht. Wobei ich aber so viel Grind-Fähigkeit habe, ne? Egal. Los geht's! Oh, ups. Zap, 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 zap. Ganz ruhig. Okay. Du willst weiter? Ich seh's nicht! Amateur... Bis, 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 bis da... Woher sieht man das denn? Ist aber gut versteckt, ne? Ihr Säge. Ihr Säge. Alter, okay. Also, ich meine, die Kranken-Chillen sind, äh, schon nicht ohne. Aber ich weiß, muss ich da jetzt noch irgendwie abspringen oder so? Oder kann ich einfach ein bisschen da hinten durchdüsen? Also einfach in Anführungszeichen natürlich. Oder wo ist jetzt hier der... Okay. Na ja, versuchen wir's mal rein. Ich glaub, ich hab's gar nicht geschafft, ne? Ich glaub, ich hab's gar nicht geschafft, ne? Und dann müsste ich jetzt hier quasi weitergrunden. Hier. Äh... Ha! Okay, womit? Okay, da ist Profi. Äh... Wollen wir mal weiter? Gucken, was hier so abgeht? Und wo ist der... kranke Bastard? Ne, hier auch noch nicht. Okay. Wo muss ich so rum? So. Äh, ist okay. Ähm... So. Gut. Äh... Ich find den gelben nicht. Das ist ohne Scheiß. Oder... Muss ich dann von da aus an hier hoch? Alter, ist das so windig, ne? Hier drüber? Ich will übrigens wissen, wie weit ich muss. Alter! Guck mal, wo ich anfangen muss. Da oben. Bis hier hin. Pfff... Okay. Naja, gut. Das kann ein wenig dauern jetzt. Ah, Entschuldigung. Hier oben muss ich anfangen. Ist noch ein Stück weiter weg. Sorry. Hab mich vertan. Alter, ist das so ein Scheiß? Da muss man doch... 10 Milliarden Wind-Fähigkeiten haben, oder? Gutes von Versuch zu Versuch jetzt, äh... Wir gehen meine Stats hoffentlich immer höher. Ja, gut. Immerhin. Sorry. Ihr hört es, glaub ich, grad voll rauschen. Ich muss aber kurz das Fenster zumachen, weil es ist echt grad am Winden. Geht doch. Ich hoffe, es war nicht zu unangenehm für euch. Ist auch heute ein bisschen Sturm angesagt gewesen. Aber wie warm das trotzdem ist, ne? Scheiße. Okay. 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 Vielleicht reicht das aus. Hör auf zu lenken, du Doofkopf. Das ist ja auch. Das ist doch von mir, wär's gewesen. Gut, ich weiß nicht wie es war, weil ich halt zwischen dem kurzen Manual gemacht hab. Aber, oah... Dann hätt ich wenigstens auch die Gewissheit gehabt, du kannst das leider nicht machen, Dennis. Was? So ein Scheiß. Okay. Aber das ist immer doch gar nicht mal so schlecht, oder? Hast du mich auch gewundert, wie lang ich im Fokusmodus war? Komm ich wirklich nicht. War ja echt lang, ne? Ah! Okay. Ist okay. Über den Fokus brauchen wir keine... Über die Specializer, besser gesagt, müssen wir gar keine Gedanken machen. Weil die ist ratzefatze voll. Fitze, fitze, fatze. Okay, dann versuche ich das gleich nochmal mit dem Manual. Nein! Ah, das war dumm. Das war mein Fehler. Ist in Ordnung. Ja, okay, versagt. Ich hab kurz gestoppt. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Also ich will eigentlich schon hier diesen oberen Bereich schaffen, ohne meine Fokusleiste benutzen zu müssen. Das wäre ein kleiner Traum von mir. Wer offensichtlich nicht in Erfüllung gehen soll. Ist okay. Die Spotchangers sind echt gefallen mir. Eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. So, schön den hier. Ist noch eine Kombo, das ist die Hauptsache. Scheiße! Das ist die falsche Richtung! Ah, fuck, 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 fuck. Okay, warte mal. Ich muss das irgendwie üben. Ah, okay, das... Ah, jetzt weiß ich über das Problem nicht. Ich muss bei dem eigentlich... Aber ich versuche es euch mal zu zeigen. Das Gute ist ja, ich mache ja da den Fokus rein. Den brauche ich nämlich auch. Also ich zumindest, weil ich zu schlecht bin. Pass auf, weil ich muss nämlich genau von hier... Hehehehe. Nochmal. Fällt so jetzt halbwegs mindestens verstanden, wie ich das hier machen muss. Ah, das war ja gut geausbildungssinn eigentlich. Ah, das wird das umso weniger. Meine Fresse, mach doch das, was ich dir sage. Das geht, der Spacko. Was, 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 was ist dein Problem? Sag mal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Die ganze Knicke, die darf man offensichtlich nicht machen. Na, pass auf. Dann müssen wir in die Medini und dann müssen wir einmal rüber. Genau. Wo, 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 wo. Nur mal neu, nur mal neu. Okay. Von da aus ist es auch gar nicht so easy-poop-easy. Ich bin jetzt nur beim Absprung, dass man da so einigermaßen noch einen Dreh raus hat. Okay, das war ein bisschen zu... großzügig in die Richtung gelenkt. Ich glaube, so ist das ein bisschen einfacher für mich. Nein! Ah! Das war auch gut. Das war sehr gut. Ich hab ein Wall-Wide-Set? Okay. Musik hat. Okay. Ja, hab ich, glaube ich, gar nicht drauf geachtet, oder? Auf dem Set bisher. Nein! Nein! Okay, ich kann... Aber jetzt sind leichte Grinds irgendwie machen, die jetzt nicht so viel Balance kosten. Wenn es sowas wohl gibt. Keine Ahnung. Ganz... Smooth. Battle. 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 Ah, fuck, ich hab Speed verloren. Das ist nicht so gut. Dabdi-dabdi-du. Niemals, niemals, niemals. Nein! Ah, ja, da... Ich glaube, da oben... Ich glaube, ich müsste das überleben, ne? Und hier wäre dann der letzte gewesen. Aber den hätte ich, glaube ich, auch nicht erreicht. Von daher... Ist in Ordnung. Versuchen wir's nochmal. Ich bin ein schlimmeres Gefurt. Wo bin ich mehr Versuche gewohnt? Was mit dem, äh... Gleichgewicht halten? Das haben die schon eigentlich ganz geil programmiert. Auch von den... Von der Körperhaltung her und so. Ich bin grad mal so aufgefallen. Also grad jetzt hier beim Grinden und so. Man muss auch die ersten Teile bedenken, wo die einfach nur nach links und nach rechts gekippt sind. Hey, ich will das nicht als Profi landen. Wie erfolgt... Nee! Ich war noch nicht fertig. Also ich darf zwischendurch auf jeden Fall nicht landen. Das habe ich jetzt verstanden. Mit dem Landen. Ich muss nur eben zusehen, dass mein Speed oben bleibt.